Alli, hallo ihr Lieben! Guten Morgen! Hier ist die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Bist gerne eingeladen, mal auf meine Webseite zu gehen. Und ich bin wieder an diesem wundervollen Morgenort, wo ich immer so gerne Videos mache. Hier ist es noch relativ kühl, wird wieder ein heißer Tag, war auch eine heiße Nacht. Ja, ich weiß, hier in Deutschland habt ihr gerade auch, oder Schweiz, Österreich, keine Ahnung, mit zu kämpfen teilweise. Für mich ist das ja normal im Sommer. Und warum ich das Video heute mache, ich bin noch ein bisschen verpennt übrigens. Ich bin so verschlafen die letzten zwei Tage. Also warum ich das Video mache, ist, weil ich in einem Buch heute gelesen habe, einen wundervollen Satz, den ich euch gerne als Inspiration in den Tag mitgeben möchte. Und das Buch stelle ich demnächst auch vor, weil es einfach geil ist. Das ist das erste Buch seit langem. Ich habe eigentlich nie Bücher zu Ende gelesen, wenn es um so, ja, also wenn es nicht Romane oder sowas sind. Und es ist das erste Buch seit langem, was ich nicht quer lese, sondern was ich wirklich von vorne bis hinten durch lese. Und das werde ich jetzt demnächst vorstellen, wenn ich wieder zurück bin. Ich fliege am Wochenende für ein paar Tage zu meiner Schwester. Da ist ein tolles, ein schönes Fest, das gefeiert werden möchte. Und danach vielleicht werde ich das Buch mal vorstellen, was wirklich geil ist. Und aus diesem Buch, ich nenne es jetzt noch nicht, habe ich heute Morgen diesen wundervollen Satz gelesen. Warum soll man für die Zukunft planen, warum auch nur wenige Tage vorausdenken, wenn man nicht weiß, wie schnell und stark man sich verändert und was man dann überhaupt noch will. Und lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge vergehen. Der ist so geil. Und dann frage ich dich, planst du noch? Hast du Kopfkinos wegen der Zukunft, langfristig und kurzfristig? Lass es sein. Lass es einfach sein. Du weißt eh nicht, was passiert, weil du dich jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment veränderst. Aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund deiner, ich weiß nicht was, Situationen, in der du bist. Du veränderst dich, ob du es willst oder nicht. Die Leute, die bewusst dran arbeiten, ja, die verändern sich vielleicht auch ein bisschen schneller, stärker, bewusster. Aber jeder, 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 auch wenn er nicht bewusst an sich arbeitet, verändert sich ständig. Und aufgrund dieser Veränderung kann man eigentlich nicht vorausplanen und braucht man sich eigentlich auch keine Kopfkinos zu machen und vorausdenken, weil du weißt eh nicht, wie die Situation sich verändert, in der du bist und wie du dich selber veränderst. Das weißt du nicht. Also frag dich mal, guck mal genau hin, wo du planst, wo du vorausdenkst und guck mal genau hin, ob das wirklich notwendig ist. Das ist so meine Inspiration für heute. Warum soll man für die Zukunft planen, warum auch nur für wenige Tage vorausdenken, wenn man nicht weiß, wie schnell und wie stark man sich bis dahin verändert hat und was man dann noch will. Und ich bin ja immer davon ausgegangen, nicht zu planen, weil ich ja im Jetzt lebe, in dem Moment, in der Szene, in der ich gerade bin. Und das drückt sich immer sehr stark aus, wenn ich meine Szenen wechsle. Das erläutere ich in einem anderen Video nochmal etwas. Aber eigentlich ist es ja auch das mit dem Verändern. Und ich glaube, das verstehen die Leute viel besser. Aber lasst euch das mal auf der Zunge vergehen und guckt mal genau hin, wie ihr euch vielleicht verändert habt innerhalb von einem Jahr. Da kann man das vielleicht noch besser nachvollziehen wie innerhalb von einer Woche. Bei mir ist das ja manchmal wochenweise, so wie ich mich verändere. Und was ich dann plötzlich Neues möchte und was Altes nicht mehr stimmt. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn man wieder ein Familienfest anlegt. Wie gesagt, ich fliege ja am, habe ich das erzählt, weiß ich gar nicht, am Wochenende zu meiner Schwester. Wenn man wieder ein Fest anlegt und meine Mutter das ankündigt und das kündigt sie meistens dann ein Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher an. Ja, du musst ja mal wieder kommen, weil wir feiern das und das. Und das sind dann meistens große Feste. Zu klein komme ich nicht. Also einmal im Jahr bin ich in Deutschland meistens für drei Tage. Auf jeden Fall. Ja, du musst dann jetzt aber schon einen Flug buchen. Und ich so, was? Das ist doch erst, weiß ich nicht, sie sagt mir vielleicht an Weihnachten Bescheid. Und ich muss im September zu dem Fest, ja. Dann sage ich, wie, jetzt schon einen Flug buchen? Ich weiß doch nicht, was im September ist. Du musst jetzt schon einen Flug buchen, sonst sind die ja so teuer und sonst kriegst du keinen mehr. Und ich so, nee, nee, lass mich erst mal ein paar Monate an den September rankommen. Dann kann ich über Flug buchen nachdenken. Dann ist sie aber meistens so weit, dass sie hat ja jetzt ein Smartphone und hat gelernt, im Internet zu surfen. Und dann kann sie, hier, hör mal, dann ruft sie mich an. Und einen Monat später, hör mal, ich habe hier ein Flugangebot, da musst du zugreifen. 60, 70, 80, kostet 70 Euro. Ja gut, das war jetzt die Situation mit der Fahrt, mit dem Flug zu meiner Schwester. Da habe ich dann gesagt, okay, ich gucke mal nach, wenn es mich jetzt nur 10 Minuten kostet, weil meine Mutter schon alles rausgesucht hat, dann buche ich den jetzt auch. Das habe ich dann auch gemacht, weil alles gestimmt hat. Aber ich kann, ich habe den dann gebucht und dann habe ich es erst mal wieder weggelegt. Weil ich überhaupt nicht bis September, was soll ich im Januar an September denken? Weiß ich, was im September ist? Ich weiß, im September ist normalerweise die Ernte von den Algarobos, von den Johannisbrot und auch von den Mandeln. Aber ich weiß sonst nicht, was im September ist. Und das meine ich mit Planen. Ich habe zum Beispiel neulich mal am Anfang des Jahres gedacht, oder das war letztes Jahr, da habe ich so ein PDF gehabt, wie man den Monat voraus plant, sowohl mit der persönlichen Entwicklung als auch mit, ja, Finanzen waren ja mein Thema, das verbessert sich jetzt gerade, und Finanzen und Arbeitsstruktur. Und habe dann da so eine Liste gehabt und habe da einen Monat wirklich relativ intensiv damit gearbeitet, aber auch nur relativ und im nächsten Monat ging es schon nicht mehr. Es geht nicht, dass ich plane. Es geht nicht, es ging noch nie. Und das ist jetzt meine Geschichte. Und ich möchte euch jetzt heute einfach nur mitgeben und fragen, wie plant ihr, plant ihr, plant ihr euer Leben durch? Habt ihr Kopfkinos wegen der Zukunft? Ja, dann lasst euch nochmal diesen Satz, diesen wirklich geilen Satz auf der Zunge zergehen. Ich kann ihn noch nicht auswendig, obwohl ich ihn jetzt schon 32 Mal gelesen habe. Warum soll man für die Zukunft planen? Warum auch nur wenige Tage vorausdenken, ja, wenn man nicht weiß, wie stark und schnell man sich verändert und was man bis dahin überhaupt noch will. Zum Beispiel, wenn ich überlege, ich koche mir übermorgen Spaghetti, ja, und dann habe ich übermorgen überhaupt keinen Bock auf Spaghetti. Vielleicht habe ich ja überübermorgens Bock oder heute, ja, zum Beispiel. Oder wenn ich eine Reise plane. Meine Nichte war ja jetzt dieses Jahr in Afrika. Irgendwie komme ich jetzt gerade auf Afrika, weil da muss man ja wirklich auch planen, glaube ich. Ziemlich teure Geschichte ist das dann ja immer, wenn man nach Afrika geht. Diese ganzen Lodgen kosten ja ziemlich Schweinegeld und auch diese Safari-Geschichten. Auch der Flug, keine Ahnung, was man da so hinlegt. Ja, wer das machen will, soll er machen. Freut mich ja, wenn ihm das gefällt. Auf jeden Fall wird dann ja geplant, meistens schon im Jahr vorher, ja. Und du planst ein Jahr vorher eine Afrika-Reise, die ein Schweinegeld kostet. Und vielleicht hast du ein Jahr später überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil du dich ja verändert hast. Und dann machst du diese Reise, weil du ja so viel Geld dafür hingeblättert hast und hast eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist das, was ich meine. Wahrscheinlich hast du Bock drauf, weil so eine Reise ist ja einfach nur geil. Aber zu planen oder auch eine Hochzeit. Ja, du planst eine Hochzeit im Voraus, weiß ich nicht. Normalerweise plant man ja eine Hochzeit, ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus schon. Ich weiß ja, wie das ist, mein Ex-Lebensgefährtes-Fotograf. Und der wurde dann schon ein Jahr vorher gebucht, teilweise für die Hochzeitsfotos. Oder ein Dreivierteljahr. Und in der Zeit kann sich noch total viel verändern. Ich weiß mal, einmal da war es so, da wurde die Hochzeit abgesagt, weil die sich dann getrennt haben innerhalb des Dreivierteljahres. Weil man sich vielleicht verändert und merkt, man will mit demjenigen gar nicht mehr zusammen sein. Das geht nicht, man kann nicht planen. Und mein Input für heute ist, wenn du magst, weil planen schränkt ja auch ein. Und ich mache ja gerne Videos, die so Freiheit präsentieren, damit man in seine innere Freiheit auch kommt und in seinen inneren Frieden. Und planen ist für mich eine Einschränkung. Du schränkst dich im Vorfeld schon ein für irgendwas, wo du gar nicht weißt, ob dir das dann nachher Freude macht. Und klar, wenn man eine Arbeitsstelle hat, wo man planen muss, dann sehe ich das ja noch ein. Dann gehört das ja zu dem Arbeitsleben. Aber ich gehe jetzt mal so vom Privatleben aus. Wobei das Arbeitsleben musst du auch nicht unbedingt planen. Ich plane auch meine Termine, wenn es hochkommt, eine Woche vorher. Meistens von einem Tag auf den anderen oder übernächsten Tag, wenn ich irgendwelche telefonischen Termine habe oder so. Oder Skype-Termine oder Coachings. Ja, den mache ich nicht. Sag nicht, im nächsten Monat machen wir das Coaching. Das Coaching mache ich so schnell wie möglich, weil derjenige braucht es. Oder die Kartenlegung. Oder wenn ich ein Gespräch habe mit jemandem, der eine Webseite braucht. Oder weiß ich nicht, ja. Weil ich mache ja auch Webdesign. Diese Geschichte. Und guckt euch mal an, wo ihr noch plant. Wo ihr euch verplant. Wo ihr im Voraus über Dinge nachdenkt, die überhaupt nicht relevant sind, weil sie noch gar nicht da sind. Und weil sie vielleicht auch gar nicht kommen, weil du dich ja veränderst. Verstehst du, was ich meine? Das sind ja auch teilweise Kopfkinos, die man sich für die Zukunft macht. Noch nicht mal nur planen, sondern Kopfkinos, weil man denkt, das könnte, da muss ich vorausdenken. Das muss ich machen. Das könnte passieren. Nein. Weißt du, wie mein Tag anfängt. Gut, ich kann es mir leisten, weil ich bin ja jetzt keinem jemand, der irgendwo zur Arbeit muss. Ich wache morgens auf und gucke, was bringt mir der Tag. Worauf habe ich Lust? Und das mache ich. Manchmal plane ich am Abend, ja, ich müsste ja heute mal wieder putzen. Mal wieder so ein bisschen die Hundewolle vom Boden wegkehren, die innerhalb von zwei Tagen ja im Moment immer da ist, weil die ja noch haaren gerade. Und dann wache ich auf und denke, nö, eigentlich habe ich jetzt Bock, eine Kartenlegung zu machen oder einen Dreamcatcher. Oder eigentlich möchte ich einfach nur rumsurfen oder mich hinlegen oder ein Buch lesen. Oder ins Dorf gehen, jemanden treffen oder gar nichts machen. Einfach nur hinspüren. Und dann mache ich das. Und dann wird halt am nächsten Tag gekehrt oder geputzt oder was auch immer. Ja. Und dann wache ich vielleicht am nächsten Tag auf und denke, ja, jetzt, jetzt habe ich Lust zu putzen. Jetzt will ich putzen. Jetzt ist der Tag. Und dann mache ich es. Zum Beispiel. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ich habe nur zwei feste Tage in der Woche. Das ist der Mittwoch und der Samstag. Wobei die auch, ich meine, die sind fest, weil Mittwochs ist Markt und ich gehe halt gerne auf den Markt einkaufen. Und Samstags gehe ich halt immer in den Ort und treffe mich mit Freunden. Und da gehe ich dann halt den Rest einkaufen. Ich habe ja kein Auto. Ich muss das ein bisschen splitten. Deswegen habe ich zwei feste Tage. Wenn ich die nicht hätte, wüsste ich auch gar nicht, was für ein Wochentag ist. Ja. Dann wüsste ich, ich weiß auch manchmal gar nicht, was für ein Datum ist. Und dann ist plötzlich Monatsende und ich denke, scheiße, ich muss die Miete zahlen. Ich darf ja jetzt die Miete zahlen und muss mal gucken, ob jetzt überhaupt genug Geld da ist für die Miete. Ja, so läuft mein Leben. Und das läuft perfekt, weil ich mir keine Gedanken mache. Und dann ist auch das Geld plötzlich für die Miete da. Ja, und es ist ja dann vielleicht auch da und ich habe halt vorher mir nur keinen Kopf gemacht, weil ich mache mir keinen Kopf mehr. Das schränkt das Leben ein und du willst doch frei sein. Willst du nicht frei sein? Du willst doch frei sein. Und das ist Freiheit. Zu gucken an dem Tag, auf was habe ich Bock. Und dann machst du das. Wenn du natürlich eingeschränkt bist, weil du noch eine Arbeit machst, wo du fest angestellt bist, dann geht es natürlich nicht. Aber du kannst trotzdem in deinem Privatleben machen, auf was du Lust hast an dem Tag. Du musst nicht alles verplanen. Wenn dein Arbeitsleben schon verplant ist, musst du nicht noch dein Privatleben verplanen. Das ist doch unschön. Also ich finde das unschön. Ich will dir nichts aufdrücken. Ja, gar nichts. Och, Schnecki. Och, Schnecki. Du, mach nochmal Platz. Ich bin gleich fertig. Also ich will dir gar nichts aufdrücken. Das ist jetzt hier so eine Tagesinspiration, sage ich mal. Und du kannst ja mal reinfühlen, wie das bei dir mit dem Planen ist. Ja, okay. Und fühl nochmal in den Satz rein. Ich finde ihn so geil. Warum soll man für die Zukunft planen? Warum auch nur wenige Tage vorausdenken, wenn man nicht weiß, wie schnell und stark man sich bis dahin verändert? Und was man dann überhaupt noch will? Und jetzt mache ich Schluss, weil der liebe, liebe Ugi, Schnecki, der will jetzt weitergehen. Und das machen wir jetzt auch, sonst wird es auch viel zu warm. Ja, das wollte ich euch mit in den Tag geben. Wenn ihr mögt, denkt mal drüber, füllt mal rein. Und vielleicht guckt ihr auch mal, wo ihr zu viel plant und zu viel im Voraus nachdenkt. Das kann man reduzieren. Und ich wünsche euch viel Freude in eurer Veränderung. Jeder verändert sich, jeder. Der eine bewusst, der andere unbewusst. Und einen wundervollen Tag wünsche ich euch. Genießt diese Sonne, die Wärme, die ihr habt. Ich weiß, viele stöhnen jetzt in Deutschland und Schweiz, Österreich, was weiß ich, weil es zu heiß ist. Aber es ist einfach geil, wenn Sommer warm ist. Ich freue mich, dass es heiß ist. Dann habe ich hier nicht so eine, wenn ich nach Deutschland fliege, Ende der Woche, habe ich nicht so eine extreme Temperaturschwankung. Dann kann ich mich wie zu Hause fühlen. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich noch heute Abend eine Legung zum Neumondag. Tut sich gerade bei mir was Regen? Wenn nicht, dann sehen wir uns eventuell erst wieder nächste Woche. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht euch einen wundervollen Tag. Und wenn ihr mögt, dann hinterlasst mir ein Feedback, wie es euch so geht mit dem Planen und überhaupt. Und wenn ihr mögt, dürft ihr mich auch liken und abonnieren. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht euch eine schöne Zeit, schöne Momente und schöne Szenen. Tschüss.